Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge HTS im Multiplayer mit dem Maurice Morgeln Hallöchen jetzt geht's um zum kurzen Break weiter in Richtung San Francisco in unserer kurzen kleinen Pause hab ich jetzt hier was verändert aufnahmetechnisch es läuft jetzt mein blauer Name oben durch mit dem Smiley bei mir läuft ja oben immer Marc durch hast du schon gesehen? ja, geil, der hat verloren super, super scheiße nicht mehr in weiß, sondern in blau mit dem Smiley ja, sehr schön das hat bei dir funktioniert ich brauch gleich mal ein Nackenkissen ich muss keine Nummer anhalten, irgendwo wenn das möglich ist ja so in 230 Kilometer nein, eher alter Mann rechts ran das ist jeder gleich wo fährst du denn hin? ich dachte, wir halten jetzt hier an, aber wir können auch da vorne an, wenn wir da raus müssen hallo ja, ich bin auf meiner Spur jetzt, fahr du doch einfach oh, ich halte jetzt hier gleich ach, hier kann ich ja halten äh, fahr ich hier hier hin äh, müssen wir einmal kurz cutten bis gleich nein, ich cutt nicht, ich lass laufen, scheiß drauf okay Maurice braucht jetzt ein Alterungskissen gut, dass der das nicht hört mal kurz aufstehen mal kurz bei mir gucken mhm so so es ist noch nicht mehr der Jungs, deswegen brauche ich sein Alterungskissen so, es wird langsam dunkel bei mir was, zu Hause? ja gut so, können wir? ja, ich fahr schon ach ja, das bist du gut und? dein altes, alter Mann Kissen äh, alte ach, leck mich doch dein Alterungskissen besorgt ne 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 du willst nur mein Kopfkissen und so ne schöne Landwolle mir grad genommen hab ich mir grad auch gemacht um ehrlich zu sein, ist echt bequem mhm aber irgendwie ungewohnt so zu sitzen mhm Ampel, wer grün, komm wir sind bei den letzten, sondern bevor die Ampeln auch drüber hergeschossen wir sind bei den letzten, sondern bevor die Ampeln auch drüber hergeschossen wir sind bei den letzten, sondern bevor die Ampeln auch drüber hergeschossen ne entschuldigung boah, das geht hier gar nicht mit dem Kissen im Nacken ich find das herrlich ja, jetzt kommt bald so ne große schwarze Wolke geht so an meinem Fenster rüber ja nur bei uns hat es jetzt aufgehört, aber bringt er nichts ach, Maurice ja, ich hab grad gesehen, wo ich schon war die Schrauben hat den, äh Gartentisch jeder zusammen mit so ner Plexiglas-Platte, oder was das für ne Platte auch ist und dann mit so ner Aluminium Füßen und so ner Unterplatte dafür ja hab grad gesehen, die Schrauben sind grad wieder zusammen ja na dann na dann wird sehr lustig zur Not schweißgericht ja ja jetzt, ja jetzt sehe ich so die schwarze Wolke wenn ich so ein bisschen nach vorne lehne oh, ja wird sehr dunkel ja, fing anzurechnen ja und jetzt hier ist es grad an ja wenns bei dir jetzt grad schon aufgehört hat wirds auch nicht lange dauern ne das hat das drechnet aber auch schon seit 2 Stunden durch geht bei uns durch ne bei uns nicht bei uns ja vorhin mal zwischendurch aber nicht schlechter können wir in Rasen wachsen also ich hab Rasen gesät in paar Stellen aha oh, jetzt gehts hier rund jetzt gehts hier rund jetzt gehts hier rund jetzt gehts hier richtig rund jetzt gehts hier aber ab willst du wieder hinter mir oder was machst du? ja, fahr ich seh dich ruhig ich seh dich halt nicht na jetzt, da kommst du 3% Schorn am Elke wir sonst noch gar nichts ist ja langweilig du das ist gut genau das wäre jetzt ein dritter Auftrag bisher ohne Schaden super ich würde jetzt gerne applaudieren auf jeden Fall ich brauche meine Hände zum lenken achso ach scheiße alt wir müssen hier runter ich weiß das schon festen ist mir dann auch aufgefallen scheiße es war erst mal dran vorbeigeschauen ja das ist vom kopf vom labern ich muss davon hier auf die waage ich wäre schön da sieht so aus ja ach das ist eine zollstation hast du auch hier mordstelle also all geht es über die brücke aber ich war natürlich durch den wireless baut für 19 euro bezahlt kann man doch nicht so durch brettern ja kann man ganz rechts die drei rechts kann man ja nutzen 19 euro bezahlen hier war das teuer ja das wasser ja gut das wasser nicht ganz okay was eigentlich da habe ich schon da würde ich reinspringen weil ich ehrlich bin das sieht echt nicht schlecht aus ja gut vielleicht würde ich nicht unbedingt von so einer brücke runter springen wollen aber nein von dem ich doch schon gerne vor allem mal dass diese doppeldecker brücke kommt da gleich hinter diesem berg ist ja mehr besser informiert als ich glaube ich glaube ich bin ja schon mal angefahren ja ja diese doppeldecker brücke die ganz anders ach so wie die auch unten jetzt leuchtet es ach endlich leuchtet mal was bei dir ist schön die stadt vorne wohin muss man langsam die detaillierungen annehmen also wasser ist cool aus muss aber schon mal voll käme jetzt eine flut und gewinnt sofort die ganze stadt überschwemmen dann rette dich auf der brücke wo musst du abladen zum vierten mal ich habe noch 50 Kilometer vor mir ja wo musst du abladen aber Mensch kann das nicht ich muss nach auf sonst aus sonst muss ich was soll ich hier für die kurve ich würde mal sagen 60 grad kommen ja gefühlt ja aber ja wahrscheinlich wenn ich ganz besser mehr hier geht es aber runter hier 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 sage ich doch ich sprach von der kurve nicht von der großen da oben ach ja hier war ich mit mit dem anderen fahrer schon jetzt hat gerade wieder kurz aufgehört es geht jetzt weiter jetzt kommt die ganze schwarze wolke ich sehe mal noch nicht das ende so hoffentlich also ich nötige mal einen auftrag auf jeden fall noch also das ist für dann wer kommt drauf an wenn du jetzt wirklich sieben folgen brauchst dann brauchen wir noch ein bisschen also ich hätte ach na ich muss gerade ausweiten ja ich auch aber ich würde gerne noch gerne was anderes schon mal aufnehmen für danach die woche wenn alles nicht geht naja ich höre gerade wie sie reinkommen ja die hast du wie für die nächste woche wird jetzt für die nächste ne übernächste woche jetzt auch aufnehmen oder wie hast du es jetzt vorgestellt äh nein aufnehmen mit ihr jetzt erst mal die hat hier ist das können wir noch am nächsten Wochenende machen aber ich hab dann noch und was was ich noch mal aufnehmen muss was denn darf ich fragen was es ist ja aber das sage ich dir gerne aufnahmen kann ich mitspielen garantiert nicht geht schlecht sag ich es mal so also ein ausgezeichnet wieder kein schaden ein auftrag schaffen wir auf jeden fall oder wir gucken uns einen längeren auftrag jetzt und die nächsten beiden folgen geht und dann machen wir noch kurz zum abschluss würde ich sagen so löse trailer jetzt ergebnis anzeigen fortfahren äh bist du schon auf auftrag angebote naja moment da jetzt so in welchem punkt haben wir noch mal san francisco wir sind grad in san francisco dann leg ich es mal vor also ich hab nach oakland fresno fresno eureka prim fressen hätte las vegas und carston city fress nur hätte ich fress nur hätte ich ja lass uns noch fress noch ja von da aus nehmen wir gucken ob wir da noch etwas längeren haben ja ich denke der könnte jetzt gerade so noch diese folge beglücken könnte mir vorstellen wie lange geht denn die vierte folge jetzt hier noch fünf minuten okay dann können wir auch wie fahren koppeln und irgendwo noch treffen ich glaube ich muss da ja ich muss da hin wo du herkommst ich muss auf jeden fall noch 40 Kilometer fahren du könntest mir gleich mal sagen wo du hin musst dann komme ich dir hinterher aber das ist nun eigentlich da wo du gerade abgeladen hast am besten weil es ist doch ein weiter Weg aaaah aaaah fuck 38% Schaden Schlepp lässt du dich an der Werkstatt abschleppen du musst erst mal den Auftrag annehmen sonst würde ich sagen ich kann überhaupt noch fahren treffend da ich muss eh gleich zur Wächel abschleppen jemanden aber er kommt einfach zur Werkstatt er trefft man zur Werkstatt ich muss mal kurz gucken wo hier überhaupt eine Werkstatt ist ich muss schon hier denn nach der Werkstatt oben in San Francisco ist einer woanders ich deiner Nähe bin vielleicht musst du nach äh Charles Schaden oder wo musst du genau ich bin da ja da bin ich da musst du gut und vom Pfaff da bin ich jetzt gut da oben zu Werkstatt da bin ich ach leck mich doch von da so erstmal Anhänger annehmen da ach das klappt mal wieder so was von gut hier also ich doch hm nix gerade so wo ist denn jetzt die Werkstatt die Comedie ist hinter mir ach Gott wie weit ist denn die Leute noch weg oben in San Francisco ist nicht weit naja ok ich muss nicht die Straße da einfach weiterfahren wow ach ja jetzt darf man die Karne bloß nicht auf dem Berg abschmieren weg hast du dich ja jetzt dahin teleportiert nein ich fahr gerade so bin gerade auf dem Weg aber oben ist ja ich muss auch zur Werkstatt der Baum war doch ein bisschen breiter als ich gerechnet hätte ja ein Baum hat mich auch erwischt nein ein bisschen zu flott und heiß aber ich hab 8 und so ein Semester getroffen haben dann ist hier gerade mit dem Berg hochfahren hier ist gerade ein bisschen kritisch bin jetzt an der Werkstatt ja ich auch sofort ich hab da noch 3,4 Blocks und jetzt geht es wieder runter ah wir haben so pinken Neokiller hier ich komm da gerade angeschossen nie So, wo bist du jetzt genau? Na, im Herbstadt. Was haben wir so eine von den beiden Punkten, die hier noch sind? Nein, davon müsste es sein. Oh, du hast ja süßen Anhänger. Ja, hab ich gedacht, du bist. Mach du fest vor. Ja, ich wusste hier die Werkstatt. Du musst dahin, wo der LKW steht, der andere. Der steht genau im Punkt. Nein, du musst vorfahren, leider diesmal einmal, denn mir wird gerade kein Weg angezeigt. Ja, weil du hier ja auf dem Gelände stehst. Nein, mir wird gerade die ganze Zeit schon kein Weg angezeigt. Ja, geh fahr du mal vor, sonst fahr ich vor. Wohin müssen wir denn genau? Nochmal. Maurice, wohin müssen wir nochmal? Ach, fress nur. Fress nur. Gut. Nee, du musst vorfahren, das geht gar nicht. Fahr mit vor. Ich fahr hinterher. Aber halt, stopp, erst abmoderieren, darfst du jetzt mal machen. Okay, das war's auch mit der nächsten Folge von ATS Multiplayer. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Pum nach oben da. Abonniert unseren Kanal, guckt auch beim zweiten Kanal vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, bye, bye. Ciao. Ciao. Ciao.